Hallo mein Name ist Patrick ich bin von Nisi Österreich und ich zeige euch heute das Nisi 150 mm System. Das gibt es als S5 und als S6 Variante. Die Unterschiede sage ich euch dann gleich. Warum gibt es dieses 150 mm System und wofür braucht ihr es? Ihr braucht es für euer Objektiv mit einer konischen Linse, also wenn das Objektiv vorne gewölbt ist und es keinen standardmäßigen Filterdurchmesser hat, so wie dieses Objektiv hier. Wenn ihr also so ein Ultraweitwinkel habt, wie zum Beispiel das Nikon 14-24, Sigma 14 mm, Sigma 14-24, Sony E-Mount, L-Mount, Canon, Nikon, Tamron 15-30, Sony 12-24, 2,8, Blende 4 oder viele weitere, ihr seht es dann in der Beschreibung, dann braucht ihr so ein 150 mm System. Das Weitwinkel ist so gewaltig, dass man sonst eine Vignetierung hätte mit einem normalen System und diese Halterung gar nicht befestigen könnte. Aus diesem Grund gibt es bei diesem 150 mm System von Nisi besteht die Halterung aus drei Komponenten und zwar einmal den Polfilter komplett drehbar, 360 Grad, der Filterhalterung und dem Filterhalter. Hier könnte man sagen der Objektivadapter. Wie funktioniert das Ganze? Der Objektivadapter hat hier vier solche Zapfen, die genau bei der Sonnenblende eingefasst werden, so wie es hier zum Beispiel der Fall ist. Dann wird das aufgesteckt. Wenn das aufgesteckt ist, wird es einfach nur zugedreht, dann ist das fertig, dann ist es fix drauf. Das ist schon mal der Objektivadapter. Jetzt könnt ihr den 360 Grad drehbaren Polfilter auch noch hier drauf schrauben, dabei immer hier die Schraube festhalten auf der Seite, zuschrauben und schon kann ich es hier um 360 Grad drehen und die Polarisation einstellen. Deswegen muss ich das auch vorher festhalten, wenn ich das abschraube, sonst dreht sich es natürlich durch. Jetzt habe ich schon den Objektivadapter mit dem Polfilter. Dafür gibt es dann auch noch den passenden Easy-Deckel. Den kann man hier einfach aufstülpen. Dann kann das nämlich so am Objektiv drauf bleiben. Ich kann das in der Tasche verwahren und muss das nicht jedes Mal rauf und runter geben. Wenn ich jetzt einen Grau oder Grau Verlaufsfilter verwenden möchte, dann nehme ich einfach nur diese Filterhalterung. Die hat hier zwei so Zapfen und den dritten hier an der Seite. Dann ziehe ich hier einmal. Das heißt, ich gebe es seitlich hinein, ziehe einmal dran und dann ist das schon fest drauf. Jetzt nehme ich meinen Filter, idealerweise aus der Easy-Caddy Tasche, weil bei der passt die ganze Filterhalterung hinein mit Polfilter und auf der Seite meine restlichen Filter. Wenn ich am Feld bin, kann ich die Tasche am Stativ befestigen, also umhängen. Ich kann sagen, ich mache hier den Falt, dann kann ich hier herausarbeiten. In dem Fall nehme ich jetzt zum Beispiel hier diesen Grau Verlaufsfilter, schiebe ihn hier einmal durch, schaue, dass ich in den Führungen bin, passe ich mir den Horizont entsprechend an, höher oder tiefer, fertig. Wenn ich einen Grau Filter nehmen möchte, dann habe ich auch den zur Hand. Der hat bei uns immer ein Moosgummi, damit er wirklich dicht ist. Daher gehört der Grau Filter auch immer an die näherste Führung. Das heißt, nicht hier außen, beim zweiten Slot, sondern beim näheren Filterslot gehört da drauf. Dann habe ich es hier auch wirklich ganz dicht und es kann kein Lichteinfall passieren. Dann kann ich hier noch den Verlauffilter durchschieben. Fertig ist das Ganze. Wenn ich diese 150mm Filterhalterung auch auf normalen Objektiven verwenden möchte, dann gibt es für die Filterhalterungen auch Adapter. Das heißt, das ist zum Beispiel ein 82mm Adapter für diesen Objektivadapter Nikon 1424. Den gebe ich so rauf, schraube es einmal zu. Zack. Jetzt kann ich hier den Filterhalter nehmen, aufmachen, draufschieben, zumachen und fertig ist das. Jetzt kann ich meine großen Filter auch für die normalen Objektive verwenden. Der Deckel ist unten geblieben. Jetzt kann ich meine 150mm Filter auch auf den normalen Objektiven verwenden und muss mir nicht mehrere Systeme zulegen. Achtung nur, nicht für jeden Objektivadapter gibt es spezielle Adapter mit 82 oder 77mm. Warum? Bei manchen Objektiven ist der Diameter zu klein. Das heißt, das hat viel weniger. Das hat vielleicht nur 70 oder 67mm. Dann kann es natürlich auch keinen 82mm Adapter geben. Welche Adapter es wo gibt, findet ihr bei uns auf der Homepage. Der Unterschied zum S6 System, den können wir euch ganz schnell erklären. Es sind drei Sachen geändert worden. Dafür nehme ich hier die Filter mal raus. Erstens mal ist beim S6 System, das ist dieses hier, ist der Winkel hier viel spitzer. Das heißt, ich habe bessere Möglichkeit den Graufilter anzugreifen, wenn der Verlauffilter drauf ist. Und habe hier nicht die Schwierigkeiten den auch noch angreifen zu müssen. Das zweite ist die Fixierungsschraube hier auf der Seite. Wenn mein Horizont zum Beispiel schräg ist, ich habe hier meinen Verlauffilter drauf. Ich möchte das fixieren, dann kann ich das hier ganz einfach machen. Und das dritte ist, versteckt unter dem Polfilter. Das ist eine neue Schicht, eine Stoffschicht, eine ganz spezielle, die hier drauf ist und die das Objektiv davor schützt, noch mehr Reflexionen zu bekommen. Das ist hier dieser Stoff, der hier drauf ist und der ist dazu da, wenn das Licht jetzt durch den Polfilter durchkommt, dass er nicht hier von der Halterung noch einmal rüber reflektiert und ich keine Spiegelung drinnen habe. Dafür ist dieser neue Schutz drauf, das ist das S6. S5 System wird es weiterhin geben, das hört nicht auf. Das S6 System ist einfach der Nachfolger, das neuere Produkt mit den Veränderungen, die ihr gerade gesehen habt. Preislich schaut das so aus. Das Nisi S5 System kostet zur Zeit 3,69 und das S6 System 4,45. Ich spreche jetzt in der Variante mit dem Landscape Polfilter. Das ist der bessere Polfilter, der für noch sattere und kräftigere Farben sorgt und noch besser mit Spiegelungen umgehen kann. Es gibt auch noch den normalen Polfilter, der ist also schlechter als der Landscape Polfilter. Der heißt Pro CPL, da kostet die Halterung jeweils ungefähr 50 Euro weniger. Wenn man aber schon ein Geld in die Hand nimmt und eine hochwertige Halterung nimmt, dann will man natürlich auch den besten Polfilter dazu haben. Deswegen ist das mit der Landscape Polfilter Variante immer das, was wir zum Beispiel lagern haben und was mit Abstand am gängigsten geht. Das war es eigentlich zum 150 Millimeter System. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden. Das Ganze ist, wie ihr seht, ganz einfach zu bedienen und mehr braucht man noch nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. 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 Untertitelung des ZDF, 2020